was ist jetzt gerade passiert spiel das hat es nicht gemocht haben wir das im stream gesehen das sieht man im stream das spiel stirbt gerade das ist nicht abgestürzt sollte ich weiter fliegen also öfter mal was neues aber da sind die polygone irgendwie eine ganz falsche stelle jetzt hat er sich wieder bekrammelt die legion ist nicht da ok interessanter bug hat die noch nie hier